Herzlich Willkommen zur Preisverleihung für innovative Projekte im Bereich der Verwaltung. Ich glaube von außen kann man sich zum Teil nur schwer vorstellen, welcher Energie es bedarf, solche Dinge in der Verwaltung auch wirklich durchzusetzen. Wir haben komplizierte Strukturen, wir haben oft große Widerstände. Aber wenn es schon so einen Wettbewerb gibt, dann ist es ja der Beweis, dass man vielleicht auch mal anders denken darf und dass man dieses, haben wir immer schon so gemacht, nicht unbedingt beherzigen muss. Wir können etwas schaffen, nämlich ein gemeinsames Verständnis mit neuen Technologien. Der erste Platz geht ins Ländle und tatsächlich das Ministero für Inneres. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Sie haben sich das wirklich verdient. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern.